Crashboxen. Wachen Sie mir das Leben zur Hölle. Frage, okay, kapierst. Ja, okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder zu dir fahren. Das Navi zeigt mir immer schön den Weg. Nitro gibt es auch. Natürlich unlogisch, aber das ist ja nicht so schlimm. Was hast du getan? Jo, du glaubst also automatisch, ich hätte was angestellt, hör? Entschuldigung, man weiß das Gegenteil.